Hallo YouTube! Herzlich Willkommen! Ihr Lieber Dasein, eine feine Freude Harry Potter, der Hogwarts Express im 3D Puzzle von Revell Ja, das ist Revell! Genau, so, wir machen weiter heute und zwar in der Bauanleitung, in der Puzzle-Anleitung mit dem nächsten Fahrzeug, zwei Sachen haben wir hier schon rausgeholt und jetzt geht es weiter tatsächlich mit dem, ich glaube, das müsste der Kohlewagen sein, den wir jetzt zusammenbauen Oioioioioi Ja, der Zug, den brauchen wir nicht, weil der bleibt da stehen, wo er ist Den zeigen wir euch gleich nochmal, der steht hier an der Seite bei uns und sieht auch schon echt süß aus So, machen wir die Kiste wieder auf Ja, warum der Luca da immer hinguckt Da steht der 3D-Drucker und ist am Drucken Einmal für euch das Bild, hier ist er Da, da, ich werde mir ein, ähm, oder drucke ein Handyhalter Einen klappbaren Handyhalter In dem Fall So, nimm mal deinen Kopf bitte weg So Ähm, ja, und dementsprechend sind wir heute Ist der am Drucken und dementsprechend guckt der Luca da auch zwischendurch hin Ja Und ich kann aber hier auf meiner Seite auf dem, auf dem anderen Monitor, was sagst du? Ne Schieftee Genau, damit ein Schieftee Genau, und ich habe hier auf dem anderen Monitor nochmal eine, ähm, Kamera, die das Ganze mit überwacht, die an dem, ähm, ähm, an einem kleinen Raspberry Pi hängt Aber davon heute mal was weniger Wir wollen unseren, ähm, Zug weiterbauen Oder Lukas Zug viel mehr Denn es ist ja seiner Ja Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir brauchen Du musst mir mal bitte hier die beiden Nummern ansagen Die und die Oder die 48 und die 56 48 und 56 Ja Okay Ich muss bauen Ja, ich muss hier gucken Du musst da nicht gucken Weil der Papa hat ja die Kamera dran Der Papa sieht das ja Wenn da was ist Dafür hat der Papa die ja aufgemacht So Das war jetzt die Das war jetzt die 56 Was war das andere? Die 48 Die 48 Die 48, da Ähm So So Im Übrigen, ich habe heute gute Laune Und ich auch Denn wir haben gewonnen Ja 2 zu 1 gegen Hannover Ja So sieht es aus 0 4 Ja Genau So sieht es aus Und nicht anders So Ähm Es wäre ganz lieb, mein Schatz Ja Ey Wenn du da vorne bleibst Weil du Raus nicht so weit mal hinten Da hat der Papa hier Nämlich mal ein bisschen Ich bin noch näher Ja Herr Lui Doch mal heute Ja Der Kleine war bei der Friseur Nein Bei der Mutter Hier So Und ich sag mir, wo das dran kommt Du sagst mir, wo das dran kommt Ja Also die 48 Okay, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen Müll machen Also die 48 Komm Bei 16, 50 Und die 68 Und die 29 Komm Die Hier dann einmal Und die dann da dann Eier runter Und dann Eier so runter Mhm Wo Aber du musst die 16 Du musst jetzt erstmal Müll hier rausnehmen Ja Und ich schille noch Natürlich Aber ist das dein Puzzle, ne? Du musst das bauen Ja Ähm Noch so ein Teil Aber so? Nein Die Schraube dazu Ah Wenn jetzt gleich alles klappt Dann wird der Papa uns was Für die Als Deko drucken Ah So Wir müssen auch mal ein bisschen auf die Zeit achten, ne? Ja Und du musst aufpassen, dass du nicht an den Schalter kommst, ne? Da unten Ja Was denn? Ist die Temperatur am Schalter, ne? Ja Ja Ein bisschen Ja Das heißt Da noch 5 Hm Nö Das geht, das ist okay 9,50 So So Das haben wir Der Drunter macht das richtig gut Ja, ne? Das sehe ich gerade Ja, Papa drückt auch relativ langsam So, das ist ja die Platte Das ist ja die Platte für oben, ne? Ja, mach das doch wieder an Ja, kann ich ja Da muss ich ja nur Dann kann ich da drücken So So Pass auf, wir wollen das ja auch einfach Da rüber schieben Ja Dann siehst du das ja auch ganz gut Da ist die Platte für oben, richtig? Ja Gut Ja Und da ist die Platte unten Richtig? Mhm Gut So Jetzt haben wir das und das Was muss man So So muss das Okay Jetzt kommt die 28 Hier hinten rein Die unteren Teile sind auch echt ziemlich schwierig, ne? Ja, und das Das befarbelt immer Ja, der Luca, der hat einen Farbwechsel unterm Tisch Da sind die LEDs anders gescheitert Komm, dann machen wir ein bisschen schneller Äh, Wahnsinn, ne? Nee So Ein bisschen schneller So Noch schneller geht nicht So, jetzt kommt das hier rein Okay Und dann müssen wir Das oben drauf machen Ja, man Farbe Äh, das nicht Ja 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 Das farbelt dann auch So Drei mal Drei mal die 33 Ja Auf wie viel 46 46 Sechs mal 46 Sechs mal Ja Gut Da Ah, okay Und die Nummer Die heißt die Ah ja, das ist die So Die 33 Habe ich schon mal Ah, 46 ist das hier Das sind die Reifen Ja Ich glaube wir brauchen Ja, jetzt ist gut Meine Hase Ah, das wird noch ein bisschen dauern Circa 45 Minuten noch 37 So Hier erstmal wieder den Müll weg Guck du mal lieber hier unten auf die Zeit Dass wir, wenn da 20 steht Dass wir dann langsam zum Ende kommen Ne Ja So Und davor müsste eine 2 stehen Und dann eine 0 20 20 20 Ja 9 bis 9 ist Jetzt geht es weiter Also Müll wird dann Weg hier den Mülleimer 9 bis 10 ist Schwupp Das kannst du hier mal umbrennen So Also Das kommt jetzt so rum dran Ja Ja Bitte Dann ist das noch rund Ja Dann ist das tot Dreimal Richtig Die 33 Ja Dreimal Nur dreimal Und jetzt nochmal Ja Und nochmal die 33 So Jetzt habe ich dreimal die 33 hier dran Okay Ja Super So Jetzt kommt sechsmal die Räder hier unten dran Auch richtig Ja Eins Zwei Drei Vier Ja So schnell gehen die nicht dran Sechs Drei 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 Vier Ey Hierbleiben Ich schaue nicht Das war lustig Ne War gar nicht lustig Dann hat sie hier so eine Achse selbstständig Was soll denn das Das wärst du dann Genauso Ist genauso ein Frechdachs wie der Luca Die Achse Ey Was denn Sowas sagt man nicht Doch Nein Ist genauso ein Frechdachs wie der Luca Nein Aber der Luca sieht heute hübsch aus Ja Wie kommt das Ähm Meine Mama Ja So fertig Hab ich So fertig Nächste Seite So Dann Oh Ich mach das Ja das ist Dies Einmal die 66 Die 50 Wann können wir mit den Seitenteilen hier anfangen? Müsste ja die 36 und die 37 sein, richtig? Ja Die 37 Die 36 Die eine So Dann geht's weiter Fang Mach mal Achso Genau Dann sagen wir dem Fangen wir hier oben an 66 66 Moment Hallo So schnell bin ich nicht 66 65 Moment Ich muss da erstmal die Platte finden Die richtige Du Nase Da Ich glaub hier ist das Warte So 66 Ja Einmal 68 Ich hab die schon gesehen Ne Da ist die Ach da Da ist die 66 Hab ich doch gesagt Ich hab die So weiter Nächste Die 65 65 Oder die Machen wir mal Das ist die 63 Das hier ist die 65 Die 63 brauchen wir auch Die 63 brauchen wir auch? Ja Okay Hab ich Und die 37 37 37 37 37 hab ich Was ist das? 61 61 Und die Und die 64 60 Jawoll Hab ich auch Und die Okay Es waren wir auch noch 60 30 Dann brauchen wir das auch noch Die 62 Die hab ich so lange gesehen Die 62 Brauchen wir Und die 36 Und die 60 36 hab ich Die 62 60 Hab ich auch So Die 60 Hab ich Schrei mich nicht so an Gut So Und dann brauchen wir die 50 Und die 50 Jetzt müssen wir mal erst mal hier wieder sortieren Und die 45 Ja ich muss mal erst mal wieder Müll wegmachen Und die Und die Und die Und die Und die Und die 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 Ist doch gut du kleiner Schlingel Hey Wer sagt hier Singel? Ich Nein Ich Ich darf das Nein Doch Nein Weißt du warum? Warum? Ich bin dein Papa Nein 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 Nuch frech Danks Nur noch vier, 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 minuten. Nur vier, 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 minuten. Ah, das dauert mich so lange bis morgen. Meinst du, das dauert bis morgen? Was denn? Der Druck? Nein, der dauert nicht bis morgen. Den Druck, den ich danach anmache, der dauert bis morgen. Den ich dann anmache erst. Ich mache jetzt gleich erst mal noch einen Teil von dem Handysteller. So, dann lassen wir uns mal gucken. Also, wir brauchen die 37. Das ist der hier. So, die 36 kommt nachher so. Okay, dann brauchen wir die 66 und die 65. Jetzt müssen wir erst mal zählen. Gucken hier. Also, das ist die 61. Die kommt nachher? Das ist doch die 66. So, das ist die 66. Okay. Du habt das falsch gesehen. So, was ist das denn? Die 65, ne? Ja. Ah, das ist die hier. Ich dort. Du willst das gar nicht machen, oder? So, 63 kommt hier hin. Warum willst du das denn nicht machen? Ich würde das machen heute. Ah, heute darf ich das machen. Okay. Und lieber morgen auf A, B, C, D, E, 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 E. Und den, so. Okay? So, jetzt sieht es ja hier so aus, da kommt die 62, kommt der jetzt hier zwischen, richtig? Ja. So? Ja. Kannst du mal gucken? Ja. Ist ja dein Zug. Ja. So. Und jetzt kommt das hier oben drauf. Ähm. Die 10. So. der kommt jetzt so ja was denn 18 so da da kommt die 60 und jetzt kommt das erst mal ja jetzt müssen wir das erst mal draufsetzen richtig so haben wir den hänger auch fast fertig jetzt brauchen wir moment moment langsam aber dein vater ist nicht so schnell 50 50 moment das müsste hier sein 50 ist aber nicht hier wissen doch doch da genau 50 hast du gesagt er habe ich 42 und 45 ok so meine lieben wir nehmen die letzten teil raus die gibt es dann in der nächsten folge zum anbauen und wenn wir das fertig haben also wenn wir das jetzt hier raus haben dann müsste das fertig sein nein der luka sagt jetzt noch tschüss so diese vier teile meine lieben dat wat für heute für die folge ich bedanke mich fürs zuschauen der luka sagt danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal haut da rein euer keukel und luther ciao